Ja, hallo zusammen, hier ist der Christian. Vorerst mal ganz herzlichen Dank für die vielen netten Punkte. Schlussendlich war es ja nur ein Spasswettbewerb und vielmehr ging es mir auch darum, ein Bild zu kreieren, das ich dann auch eingegeben habe, aber ja, der Wettbewerb, das ist eine andere Sache. Jetzt aber zu diesem Bild, vielleicht die Idee dahinter, der Name ist ja Isolation Q23, da sieht man es jetzt nicht, aber dann beim Endbild, das ist das Bild, was ich in Blender gemacht habe. Beim Endbild ist es ja die Station Q23 und unten links noch die Station Q24. Und mir ging es mal primär um das Gefühl der Isolation, also sich mal Gedanken zu machen, ist isoliert sein, in diesem Falle, ohne jetzt der ganze Virus und Krankheit und so, aber ist Isolation dann grundsätzlich so übel? Und wir waren ja auch ein gewisser Massen in Isolation, gut, mit deiner Familie ist das nicht so dramatisch, aber jetzt in dieser Szene, in dieser Stadt, ist es jetzt wirklich das grosse Übel? Oder vielleicht ist ja Isolation in diesem Falle, bei diesem Bild auch eine Chance, alleine zu sein, Platz zu haben, Luft zu haben und sich ein bisschen, ja, ich weiss auch nicht, die haben vielleicht, wir haben ja Strom, die können vielleicht auch etwas Tolles machen. Also ein bisschen auch die andere Seite der Isolation anzuschauen, also nicht nur als das grosse Übel alleine sich abzukapseln, sondern auch eine Chance für Neues, für neue Ideen. Da ist ein bisschen die Idee dieser Isolationsstation. Natürlich ein Bild, wie ich es gerne mag, mit vielen Details, mit, ja, so ein bisschen, eine Art futuristisch, utopisch, aber auch irgendwie das wieder das eher Dreckige, nicht so saubere, aber auch die Schönheit des Hässlichen kann man da wieder ein bisschen sehen. Dieses Bild da seht ihr in Blender. Ich habe das Ganze ausmodelliert und zwar ist das so, es gibt zwei grosse Teile oder zwei eigentliche Teile und das ist eigentlich diese Front, also diese ganze Häuserfront und da die beiden Stationen, eine ist hier und die andere ist hier vorne. Jetzt, von der Technik her, diese Stationen, das ist einfach 3D-Modeling, nicht so, ja, detailliert. Was aber hier die Details sind, sind eigentlich nicht 3D-Modelle, sondern nur Texturen und wenn ich jetzt da mal die beiden Vordergrund-Elemente ausschalte, dann haben wir also nur noch diese Front und das zweite muss ich auch noch ausschalten. So, da habe ich nur noch diese Häuserfront. Als erstes vielleicht fällt euch noch auf, da hier oben, das ist so eine nette Technik, man kann eigentlich da so eine, ich gehe jetzt mal da kurz rüber in die Geometrie, man kann da eigentlich eine grosse Ebene hinhalten mit einer Textur, von einer Wolkentextur, die transparent geschaltet wird. Kann man da eigentlich so Wolken auf dieses Bild generieren und vielleicht nochmals der Unterschied, also jetzt rendere ich noch kurz, da ist mit Wolken und das da ist ohne Wolken. Das ist schon viel weniger interessant. Und warum ich überhaupt das in 3D mache, ist natürlich die ganzen, man kann das ja schon texturieren, flach mit Photoshop und dann alles reinmalen, aber ihr seht, es gibt da eigentliche Schatten und eben wenn ich jetzt da die Wolken wieder einblende, dann findet man wirklich sehr eine interessante, auch Lichtstruktur und die von Hand zu malen ist sehr, sehr schwierig. Jetzt, wenn ich da wieder rübergebe, das war zum Licht nur ein kleines Detail mit diesen Wolken und das sieht man schon viel interessanter aus. Man sieht auch da zum Beispiel eben das Licht kommt, wir haben da Schatten kreiert und das Ganze und auch mit diesen Rohren da ist alles sehr dreidimensional, weil es ja auch dreidimensional ist. Das würde man wahrscheinlich in 2D nicht so gut malen können. Und von der Geometrie her, wenn man das anschaut, ist das eigentlich ziemlich langweilig. Ihr seht, das sind sehr wenige Polygone. Einzig hier dieser Ventilator und die Rohre, die habe ich ausmodelliert, aber der Rest sind eigentlich nur Texturen, die ein bisschen verändert wurden und dann gibt es diesen 3D-Effekt. Ich gehe da nochmals ein letztes Mal rüber und ich möchte mal anhand einer kleinen, irgendeiner so einer kleinen Textur mal zeigen, wie schnell so ein Haus eigentlich modelliert ist. Und hierzu nehme ich ein neues File und gehe mal da rüber. Jups, so, nein. Ich habe nun eine neue Datei und ich lösche als erstes Mal den Würfel und ich werde als erstes eine Ebene einfügen und zwar gerade als Bild oder besser gesagt ein Bild gerade mit als Ebene. Okay, da werde ich jetzt ein vorbereitetes Bild nehmen und ich importiere das. Jetzt sieht man noch gar nichts. Ihr seht einfach, das ist eigentlich ein Polygon mit Fläche drauf und ich gehe jetzt hier auf die Textur rüber, dann sieht man auch die ganze Sache hier. Da ist jetzt diese Textur. Natürlich könnte man das jetzt einfach so mit allen diesen Bildern machen, aber dann merkt man schon, das ist sehr, sehr flach. Wenn man von vorne drauf schaut, was ich gemacht habe, würde es vielleicht gehen. Das wäre jetzt diese Ansicht, aber es wäre schon zu flach und wenn man das Licht drauf lässt, dann hat man hier also keine zusätzlichen Schatten, auch wenn es nicht viel braucht. Nun, es gibt aber auch einen tollen Trick, wie man so Häuserfronten modellieren kann mit solchen sauberen Texturen, die von vorne aufgenommen sind. Dieser Trick ist also nicht von mir, sondern von Ian Hubbard. Ihr findet den auf YouTube, wenn ihr ihn googelt und sonst kann ich es nach unten reintun. Also die Idee ist sicher nicht von mir, aber es ist eine gute Idee. Und jetzt gehe ich da mal auf Edit Mode und auf diese Kanten und als erstes mache ich jetzt da ein paar Schnitte mit STRG R und zwar muss ich da zuerst, jetzt habe ich nur einen Schnitt, ich möchte gerade ein paar machen, dann kann ich mit dem Rad drehen, etwa 10 Schnitte. So, jetzt platziere ich den ersten gerade mal hier auf die Kante, besser gesagt dort, wo die Fassade ist, dann lasse ich das. Jetzt nehme ich einen Schnitt und kann ihn anklicken und dann mit GG kann man den schieben. Dann nehme ich den nächsten GG schieben und ich werde jetzt eigentlich so ein bisschen die Geometrie von diesem Fenster abbilden. Gehe mit dem auch noch ein bisschen rüber. Ich muss natürlich, ups, so, halt, ich nehme jetzt wieder eine, GG und dann rüber. Ich nehme diese da, GG rüber, diese da, GG rüber, so, bis ich dann alle am Platz habe. So, ich nehme also die Geometrie von diesem Fenster und gehe da noch ein wenig da rüber und den nehme ich, so, ups, schon wieder falsch, so. Also, diesen da, GG und rüber. So, und jetzt von oben nach unten mache ich wieder ein paar Schnitte. Ich gehe da, was mache ich da, etwa vier Schnitte oder drei, gehe ich da hin. Dann den nehme ich da. Und jetzt, wenn ich natürlich die ganze, die ganze Länge brauche, kann ich die Alt-Taste brauchen, dann habe ich alle Kanten, nicht nur ein Teil davon. So, es gibt mir dann so eine Auswahl, auch hier wieder, GG. So, das Ganze ist natürlich kein Blender-Tutorial. Für das bin ich wirklich zu schlecht damit. Aber ihr seht ein bisschen, was man damit machen kann. So, und GG. So, und da. Das war es jetzt. So, und jetzt kann ich diese Fenster da auswählen. Ich gehe da auf den Polygon-Modus und wechsle da mit der Shift-Taste oder der Umschalt-Taste vom Fenster zu Fenster so. Und mit der Taste E kann ich das nach innen drücken. Etwa so. Dann seht ihr schon, kommt ein bisschen Geometrie raus. Natürlich ist die Textur hier verzogen, aber auf die ganze Distanz kommt das wirklich nicht drauf an. Jetzt nehme ich auch noch die ganze, die Fassade ein wenig rauf. Also, dann da. Shift-Taste. Mit der Umschalt-Taste kann ich das dazunehmen. So, rundherum. So, und das ziehe ich dann auch wieder ein bisschen raus. So, das war schon die ganze Sache. Und das sieht jetzt da nicht so gut aus, weil ich im Textur-Modus bin. Wenn ich jetzt rüber wechsle in den Rendering-Modus, sieht das ein bisschen besser aus. Jetzt muss ich natürlich noch die richtige Rendermaschine nehmen, nicht Eevee, sondern Cycles. Dann nehme ich da noch die Linien, die ganzen Geometrie, die Anzeigen raus. Und dann vielleicht noch ein bisschen Himmel dazu. Und dann seht ihr, wie schnell eigentlich, natürlich hier die Texturen, wie gesagt, sind nicht so toll, aber auf die Distanz gesehen, gibt es eben genau diese Art Geometrie. Es ist eigentlich eine Fake-Geometrie, wie auch immer dem man sagen möchte. Aber das sieht dann gut aus, wenn man ganz viele von diesen Häuserfassaden aneinander hängt. Und das habe ich gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, aber es ist ja keine schwierige Aufgabe. Dann habe ich das Ganze in Photoshop genommen. Das seht ihr hier. Also das ist jetzt alles nur Geometrie in Blender erstellt. Und ich habe der Hintergrund und der Vordergrund auch einzeln gerendert. Ich habe trotzdem hier alles austexturiert. Natürlich geschaut, dass es nicht so wild ist hinter dem Haus. Dann habe ich gemerkt, dass natürlich in diesen Bereichen da, das ist schon ein bisschen gar geometrisch. Also da sieht man das Low-Poly-Feeling schon zu stark. Dann habe ich einfach drüber gemalt, in klassisch so Matte-Painting-Art. Dann Texturen. Da hat natürlich schon noch vieles gebracht. Also natürlich diese Texturen hätte man alles in Blender machen können, aber es geht dann viel schneller in Photoshop. Nichtsdestotrotz ist es nicht dasselbe, wenn man nur in Photoshop arbeitet, habe ich gesagt. Die ganzen Schatten da und das 3D-Feeling kommt natürlich schon besser raus mit echten 3D. Dann habe ich da noch ein wenig Touch & Burn und dann auch noch da unten ein bisschen rumgebastelt. Dann den Vordergrund eingefügt und jetzt da merkt ihr, das ist ein bisschen unruhig. Zwischen Vordergrund und Hintergrund habe ich dazwischen einfach ein bisschen Atmosphäre. Natürlich, es liest sich schon noch etwas schwierig. Ich bin mir bewusst, dass das Ganze ein bisschen wirr ist, aber ja, das ist einfach ein Bildstil. Die Idee ist natürlich auch mit diesen Kabeln, erstens, dass die Leute da vielleicht Strom möchten und das Zweite ist, es bringt natürlich das Auge von hier, hier rüber und eigentlich dieser Teil ist auch ein bisschen hell. Also es gibt so eigentlich eine Führung ins Bild hinein und man findet natürlich auch mit diesen Kabeln eine Verbindung zwischen dem Vordergrund, dem Mittelgrund und dem Hintergrund. Dann auch da noch ein bisschen Atmosphäre, wird noch ein bisschen Rauch da, muss ja überall noch ein bisschen Dreck rauskommen und zum Schluss noch ein paar Einstellungsebenen und das Ganze so ein wenig, wie soll ich sagen, nicht Comic-artig, vielleicht Videogame-mäßig, ja, einfach von dem Bildstil her, von dem Look. So, das war es eigentlich mein Bild zu diesem Wettbewerb Isolation Q23. Bis auf ein nächstes Mal.